Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist Storytime und ihr habt euch gewünscht, dass ich mal so ein bisschen was von meiner Kindheit erzähle. Ich werde nicht so ganz extrem ins Detail gehen, weil ihr müsst verstehen, zu meiner Kindheit gehören auch noch ganz viele andere Personen und ich möchte auch deren Leben nicht so sehr hier im Internet erzählen. Also was ich erzähle, das ist meine persönliche Entscheidung, aber was ich über andere Menschen erzähle, da muss ich halt so ein bisschen drauf achten. Deswegen werde ich manche Sachen nur anreißen, nur kurz erzählen und einfach nicht näher darauf eingehen. Ich bin leider immer noch ein bisschen erkältet. Okay, wir starten damit. Ich habe meine ganze Kindheit und Jugend in ein und demselben Haus verbracht und das ist ein Mehrgenerationenhaus, also ich habe dort zusammengelebt mit meiner Schwester, die ist vier Jahre jünger als ich, mit meiner Mama und mit meinen Großeltern, also mit den Eltern meiner Mama. Und das war auch nicht so, dass wir getrennte Wohnungen hatten, halt nur in einem Haus gewohnt haben. Nein, wir haben uns wirklich auch alles geteilt. Also wir hatten gemeinsames Badezimmer, die Schlafzimmer waren alle auf einer Etage und so. Also wir haben wirklich zusammengelebt. Es hatte zwar jeder noch seinen Wohnbereich extra und seine Küche, aber ansonsten haben wir schon wirklich sehr, also ganz eng zusammengelebt. Und das hat meine Kindheit natürlich auch sehr geprägt. Also ich habe wahrscheinlich auch ein viel engeres Verhältnis zu meinem Großalter, als dass Kinder haben, die ihre Großeltern nur ein paar Mal im Monat vielleicht besuchen fahren, auch nur für ein paar Stunden. Also ich habe wirklich mit denen zusammengelebt. Und ich finde das auch sehr schön. Muss aber sagen, dass das was ist, was ich für meine Kinder nicht möchte. Also ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich irgendwie negative Erfahrungen damit gemacht habe. Gar nicht eigentlich. Also es war auch sehr, sehr wichtig in einigen Punkten meines Lebens als Kind, dass sie da waren, auch so jeden Tag da waren. Aber ich möchte, dass das für meine Kinder irgendwie was Besonderes ist, was Aufregendes ist. Also Vince wünscht sich das richtig, auch mal bei seinem Opa zu übernachten. Das ist für ihn was Besonderes. Und das möchte ich auch so für ihn irgendwie haben, dass es was Besonderes ist, die Großeltern. Wir sehen zwar alle Großeltern sehr, sehr regelmäßig, also auch die Urgroßeltern. Aber ich möchte, dass das was Besonderes ist, dass die auch mal längere Zeit dort einfach verbringen. Genau. Also ich habe halt, wie gesagt, wir haben halt so zu fünft zusammengelebt. Und ich hatte früher immer sehr, sehr viele Haustiere. Ich hatte Fische hatten wir mal, Katzen, Meerschweine. Die Katzen sind uns immer relativ zeitlich gestorben, weil wir halt direkt an der Straße gewohnt haben. Die wurden beide überfahren. Meerschweine hatten wir gesagt zwei und ich wollte aber schon immer einen Hund haben. Und ich habe dann, ich weiß noch, in der Grundschulzeit habe ich dann eine Familienkonferenz einberufen. Ich habe da so ein Zettelchen geschrieben und das an die Klotür gehangen mit einem Datum und einer Uhrzeit. Und da wollte ich meine Familie überzeugen, dass wir doch einen Hund haben sollten. Und es hatte leider nicht funktioniert. Wir hatten den Hund dann tatsächlich erst, als ich mein Abitur gemacht habe. Und eher habe ich es echt nicht geschafft, meine Familie davon zu überzeugen, dass ein Hund eine geniale Idee wäre. Naja. Genau. Und wie war das? Also meine Eltern, also mein leiblicher Vater, meine Eltern haben sich getrennt, als ich, ich weiß es gar nicht genau, ein oder zwei Jahre alt war. Weiß ich nicht. Also ich habe da überhaupt gar keine Erinnerungen dran. Ich weiß es auch nicht so ganz genau. Ich hatte auch dann im Nachgang nicht viel Kontakt zu meinem Vater. Jetzt mittlerweile überhaupt gar nicht mehr. Meine Großeltern, väterlicherseits, sind auch beide schon gestorben. Dann ist meine Mama, hat dann einen neuen Mann kennengelernt. Die haben wieder geheiratet. Da ist dann meine Schwester draus entstanden. Das heißt, das ist nicht so 100% meine Schwester, biologisch gesehen. Und das ist auch was, was man optisch sehr sieht. Also meine Schwester ist halt halt lange blonde Haare zum Beispiel und auch so. Unterscheidet sie sich optisch doch sehr von mir. Das war auch, ich glaube ihr, ich weiß nicht, ob ihr das manchmal schwerer gefallen ist als mir, aber es wurde das halt oft gesagt, dass wir uns halt gar nicht ähnlich sehen und so. Also, ja, es ist halt manchmal so. Aber wenn ich es jetzt an meinen Kindern sehe, das sind zweieigige Zwillinge nur mit drei Jahren Unterschied. Wirklich, also Svea ist der ganze Winzeln nur in rosa, könnte man so sagen. Und das war halt bei uns gar nicht so. Also wir sehen uns schon nicht so besonders ähnlich. Ich persönlich finde das jetzt gar nicht so schlimm, aber es war halt manchmal vielleicht auch nicht so schön zu hören, ihr seht euch ja gar nicht so ähnlich. Genau, und der zweite Mann meiner Mama wurde dann aber alkoholkrank und es war auch eine sehr, sehr prägende Zeit in meiner Kindheit für uns alle, aber nicht zum Negativen. Also ich habe aus dieser Zeit sehr, sehr viel Kraft für mich genommen, sehr, sehr viel Ruhe für mich genommen und ich muss sagen, dass mich das nicht irgendwie negativ geprägt hat. Auch nicht, dass ich ein Scheidungskind bin. Also ich quasi, meine Eltern haben sich scheiden lassen und mein Stiefvater hat sich dann quasi auch von meiner Mutter scheiden lassen. Und viele sagen ja, ach, die armen Scheidungskinder und die müssen so viel durchmachen und babababababa. Weiß ich nicht. Ich hatte da überhaupt gar keine Probleme damit. Vielleicht auch, weil ich froh war. Also bei meinem Vater habe ich es nicht mitbekommen und bei meinem Stiefvater war ich dann natürlich froh, als sie sich dann endlich getrennt hatten. Vielleicht ist es was anderes, wenn die Ehe der Eltern glücklich scheint für die Kinder, wenn da sowas vorgespielt wird und das dann eher ein Schock vielleicht ist oder so. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es mich irgendwie negativ beeinflusst hat, dass ich ein Scheidungskind bin, wirklich überhaupt gar nicht. Ich bin froh, dass meine Mama dann jeweils den Weg gegangen ist. Schon bei meinem Vater hat es halt einfach nicht gepasst und dann auch beim Vater meiner Schwester. Das hat auch viele Jahre Kampf bedeutet. Ich weiß noch, meine Mama hat einmal die Koffer gepackt und vor die Tür gestellt und er ist halt reingekommen und hat die Koffer wieder ausgepackt. Ich kann jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass mir eine männliche Bezugsperson gefehlt hat oder irgendwie. Also diese ganzen Dinge, die halt passiert sind, ist halt nichts, was mich im Nachhinein negativ beeinflusst hat. Es hat mich natürlich zu der Person gemacht, die ich heute bin, aber es hat mich zu einer starken Person gemacht, zu einer unabhängigen Person. Also ich habe aus dieser Zeit gelernt, mich niemals von einer anderen Person abhängig zu machen, erst recht nicht von einem Mann. Und es gab auch mal so Zeiten, wo ich gesagt habe, ich werde nie heiraten oder ich werde Kinder haben, aber ich brauche nicht unbedingt einen Mann dazu, weil ich habe an meiner Mama gesehen, dass sie das wunderbar ohne einen Mann zustande gebracht hat. Und ja, deswegen, keine Ahnung, also wenn einige sagen, ich bin Scheidungskind und es hat mich so innerlich verletzt und ich bin so kaputt und weiß nicht, kann ich alles nicht nachvollziehen, ging mir überhaupt nicht so. Und ich hatte ja meinen Opa, also mir hatte auch nicht eine männliche Bezugsperson oder irgendwas gefehlt. Genau, dann Pubertät und so, wisst ihr alle Bescheid, da hat man immer so seine Auf und Abs. Und es gab halt mal Zeiten, wo ich mich ganz, ganz, ganz doll extrem zurückgezogen habe, wo ich so mein eigenes Ding zu Hause quasi gemacht habe. Ich habe immer sehr, sehr viel gelesen, dann zeitweise auch sehr viel Zeit in meinem Zimmer verbracht. Es gab aber auch wieder das ganz andere Extrem, wo ich viel draußen unterwegs war mit den, ich würde nicht sagen mit den falschen Leuten, aber sie haben mich dazu verleitet, ein bisschen zu rebellieren, sage ich mal. Ich war nie pünktlich zu Hause, ich war lange abends unterwegs und so. Im Nachhinein tut mir das sehr leid, Mama. Ich habe nie in meinem ganzen Leben Drogen probiert, nicht ein einziges Mal. Auch wenn ich halt mit Leuten zu der Zeit zum Beispiel unterwegs war, von denen ich wusste, dass einige davon auch nicht alle Drogen nehmen. Habe ich nie Drogen probiert, habe noch nie in meinem Leben Drogen angeboten bekommen. Ich habe ab und an mal geraucht, aber das fand ich auch nicht so toll. Ich habe wenig Alkohol getrunken. Ich war einmal in meinem Leben betrunken. Es wäre interessiert gerade brennend, wie das war, als die Mama das erste Mal betrunken war. Deswegen musste ich sie jetzt mal kurz aus dem Kinderzimmer holen, weil sie sonst, wenn es Mittwoch macht. Und da hörst du dir jetzt an, was die Mama zu erzählen hat und sicherlich schläft sie jetzt dabei ein und dann kann ich sie darüber überlegen. Genau, ich war genau einmal in meinem ganzen Leben betrunken. Das war, da war ich 18. Das war nach dem Deutschabitur und wir haben halt gefeiert. Zuerst bei einer Freundin zu Hause. Und was habe ich denn getrunken? Ich glaube, Cola, Wodka oder sowas. Und irgendwann hatte ich halt so einen Pegel, dass ich nicht mehr mitbekommen habe, wie stark meine Freundin das eigentlich gemixt hat. Und dann war wirklich innerhalb von Minuten war ich total besoffen. Und wir sind danach noch in die Disco gefahren. Und das war echt so im Nachhinein nicht schön. Ich habe dann halt, also ich habe nichts Blödes gemacht oder so. Aber ich habe zum Beispiel erzählt, ständig, wirklich, im Minutentakt, ich möchte keinen hässlichen küssen. Ich hatte offensichtlich im Suff Angst, mit irgendjemandem da rumzuknutschen. Ich bin dann auch zu meinem Ex-Freund gegangen und habe ihm gesagt, du bist hässlich. Und da habe ich mich dann auch am Montag in der Schule dann dafür entschuldigt bei ihm. Also ich wusste auch noch das meiste davon, was ich auch wirklich getan habe. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt ein Blackout oder sowas. Und ich weiß noch genau, auf der Hinfahrt habe ich die binomischen Formeln aufgesagt, weil als nächstes unser Mathe-Abitur anstand. Und ich musste mich dann auch einmal, glaube ich, übergeben. Und den nächsten Tag ging es mir dann halt echt nicht gut. Und ja, mir hat das halt überhaupt gar nicht gefallen. Ich hatte davon nichts. Und deswegen war das wirklich das einzige Mal in meinem Leben, dass ich betrunken war, weil ich einfach das Gefühl nicht mochte. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von Alkohol, einfach weil ich meistens den Geschmack nicht mag. Also ich mag den Geschmack von Wein nicht, von Sekt nicht, von meisten Schnappssachen nicht. Also wenn, dann trinke ich mal einen Cocktail, aber meistens dann auch eher lieber einen alkoholfreien oder einen Portwein. Also was ich hier zu Hause zum Genuss mal trinke, ist ein Portwein. Oder im Sommer mal einen Radler, aber das war es dann eigentlich auch echt schon. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Also ich bin auch jemand, der sehr unspektakulär war. Also ich habe jetzt nie irgendwie irgendwelche extrem dummen Sachen oder sowas gemacht, wie gesagt. Ich hatte verschiedene Phasen natürlich, was die Klamotten anbelangte. Also es gab mal eine Phase, da habe ich fast nur schwarz getragen. Es hat aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwie gothic war. Es gab mal eine Phase, da habe ich ganz viel rosa getragen. Ich hatte natürlich meine Punkphase, da habe ich mir so einen ganz kleinen Iroh gemacht. Da hatte ich dann auch immer wieder, da hatte ich grüne Haare und blau und orange und lila. Und habe dann auch entsprechende Klamotten getragen, die entsprechende Musik gehört. War auf entsprechenden Konzerten und so. Das ist auch noch was, was es heute halt auch so ist. Also ich höre die Musik nach wie vor noch sehr, sehr gern. Und ziehe auch gerne mal was rotkariertes an oder so. Aber es ist jetzt nicht mehr so prägend wie zu der Zeit vielleicht. Ja, ich hatte fast während meiner gesamten Kindheit und Jugend kurze Haare. Ist halt was geblieben. Ich bin ein sehr beständiger Mensch. Dann war ich gerne auf Konzerten. Also wir hatten so ein, das Holz heißt das halt einfach bei uns. Das ist so ein Jugendzentrum, könnte man sagen. Und ich war das erste Mal dort mit meinem damaligen Freund. Und wir waren, genau, wir waren das erste Mal auf einem Hardcore-Konzert. Das war auch das erste Mal, dass ich Hardcore gehört habe. Und die Bedingung war halt, ich gehe mit ihm auf das Hardcore-Konzert. Und ein paar Wochen später geht er mit mir auf das Punk-Konzert. Und von da an bin ich dann auch ein Fan von Hardcore-Musik geworden. Bin dann fast zu jedem Konzert gegangen. Ich bin großer Misskontakt-Fan zum Beispiel. Die waren öfter bei uns. Hier. Oder Born from Pain oder sowas habe ich halt sehr, sehr gerne gehört. Höre ich nach wie vor, wie gesagt, sehr, sehr gern. Und das war auch was, was ich sehr gemocht habe, diese Konzerte und so. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Jungs wäre vielleicht noch so ein Thema, was man vielleicht ansprechen könnte. Aber da will ich auch gar nicht so genau drauf eingehen. Weil ich da zu einigen noch extra Storytimes machen will. Also ich will euch zum Beispiel von meiner ersten großen Liebe erzählen. Von meinem ersten Freund würde ich euch gerne erzählen. Vielleicht auch mal so verschiedene Beziehungen zusammenfassen. Verschiedene Erlebnisse. Das will ich in anderen Storytimes noch mal so erzählen. Auf jeden Fall könnte man vielleicht sagen, ich war ein Spätzünder. Meinen ersten Freund hatte ich... Also was heißt... Ja doch. Meinen ersten festen Freund hatte ich mit 15, glaube ich. Und das waren immer keine langen Beziehungen. Also ich glaube, meine längste Beziehung ging drei Monate in dieser Zeit. Ansonsten war ich immer mal nur so ein paar Wochen mit einem Jungen zusammen. Und habe dann wieder Schluss gemacht. Und ja, meine längste Beziehung ist jetzt wirklich die mit Manu, ne. Fünf Jahre sind wir jetzt dann fast zusammen. Ja, weiß ich nicht. Hat halt nie so richtig irgendwie gepasst in der Zeit. Aber wie gesagt, da würde ich noch mal einzelne Storytimes so draus machen. Und euch davon so ein bisschen was erzählen. Hallo, Mama. Du willst in die Kamera gucken. Du solltest eigentlich jetzt Mittagsslafen machen, Hasi. Ne? Ich will jetzt noch ein Video drehen. Wie siehst du das? Willst du bei dem zweiten Video auch noch dabei sein? Hm, gucken wir mal. Genau. Also das war jetzt mal so zusammengefasst quasi meine Kindheit und Jugend. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr die gerne mal unten in den Kommentaren stellen. Mal gucken, wenn genug Fragen zusammenkommen. Mache ich einfach noch mal ein Q&A zu dem Thema. Wie gesagt, zu meinen Jungsgeschichten mache ich noch mal andere Storytimes. Und ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. iv